willkommen zu einem neuen kleinen video hier auf meinem kanal ich konnte nicht widerstehen palma to julius ligulatus ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen der gelb gebänderte riesen tausendfüße zehn exemplare konnte ich ergattern und ich freue mich gleich werden sie in ihre zuchtbox einziehen und richtig schöne tiere wer zu denen gerne einen heilungsbericht haben möchte kann es ja mal gerne in die kommentare schreiben dann werde ich das die tage machen über die zucht ist noch nicht allzu viel bekannt auf einigen seiten steht sehr einfach auf anderen nicht möglich nicht leicht möglich und so weiter tausend leute tausend meinungen wie das halt immer so ist und ja das ist der dickste und die anderen sind alle noch vergraben die habe ich heute bekommen bin sehr froh mit ihnen bis jetzt und bin gespannt wie sie sich entwickeln und ich hoffe natürlich auf jungtiere wie gesagt wenn ihr informationen haben wollt gerne mit einem haltungsvideo oder so schreibt es gerne in die kommentare und wir hören uns im nächsten video ich freue mich auf den stream mit euch morgen abend von 19 bis 20 uhr und ich sage mal bis dann tschüss